Jetzt verhungere ich langsam, ich darf es aber nicht. Das dauert noch, Joe, das geht recht langsam. Oh, guck mal, da rennt einer. Da rennt einer links auf der Straße. Da ist der hinter dem weißen Haus. Ja, ist... Ich kann es hin, wenn ich jetzt schieße. Unter diesen vier Eckarten, die will da. Du musst nur 1 km, da renne ich jetzt nach. Ist das falsch dran oder was? Der läuft auf dem Feld weiter. Soll ich ihn uns snacken? Warte, da rennt noch einer. Ja, ein Zombie. Wie benutze ich eigentlich den Kompass? Muss auch gefragt. Pass auf, Zombie. Null da. Pack ihn dir. Ui, danke. Warte, wir benutze ich eigentlich den Zombass. Deinen Zombass, den Kompass. Hm? Das ist ein Zombie da vorne, was da rennt. Auf dem Feld. Hm. Ich snack dir nicht. Ich hab's nicht so wirklich damit. Und sowas. So, wir benutze ich den Kompass. Äh, der Kompass. Die M4 liegt da, ja. Naja. Da ist ein Schraubenzieher. Geil. Du brauchst den nicht. Wofür denn? Zum Öffnen? Der Dosen? Du hast einen... Ach nee, du hattest keinen Obener gehabt. Ja, ich hab aber einen hinigen Schraubenzieher. Deswegen... Wo bist du hin? Ja, ich bin hier von Hamburg. Der Typ hatte übrigens eine Mosin. Wo ist er? Ich bin bei der Brauhütte. Vielleicht daneben. Wo ist der Typ? Der ist weitergerannt. Die Zombies rennen ihm noch nach. Wo? In welchem Busch bist du? Ich bin bei der Hüte jetzt, wo man war. Noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf Zombies stehen auf der Wiese. Es wärts vom Vorteil, wenn ich wüsste, wo du bist, da vorne. Seh dich. Bei dem Geschnallen, ne? Wie benutze ich eigentlich den Kompass? Äh, du musst ihn in die Hand nehmen. Und dann musst du Leertaste drücken, sodass der wie eine Waffe nach vorne gehalten wird. Und dann kannst du drauf gucken. Ach, jetzt hat mich der Laufen verflucht. Wo ist denn der Hansi? Der ist weg. Na, das sind die Zombies. Der ist tot, oder was? Nein. Thürst, die, noch Holz, Zucker. Ärr, ich blüte. Ich habe nicht... Thürst, die, nicht weit von euch ist ein Teich, da könnt ihr daraus trinken. Ne, wir haben eh Wasser. Nö, nö, nöderlich ist ein Teich. 30 Meter oder so ein lebende Ruin. Ich hab zwei Flaschen mit, also... ...wei Wasserflaschen. sie sind in einem guten zustand sogar was ist jetzt los? kommt jetzt einer oder was? na joe verliert schon wieder verbindung brauchst du ein visier? wir haben nämlich ein visier was für eins? long range scope aber das tausche ich aus weil meins ist damage nein joe meins ist pristine ja das haue ich aus actually wo bleibst du? schon da schleich mich an ja von hinten na seh ich bin hinter euch bombus guck mal da super ey da kann ich schon mal wieder gut sehen jetzt habe ich hinter dir Herr Chili da haben wir Auflösungsspinnen total jetzt habe ich jetzt eine fette Auflösung und jetzt ist es los ach gut der Armbrust kann man nur auf Distanz und wenn man sich wirklich ranschleicht hast du eine Axt oder nicht? ich glaube da habe ich mich raus ah da ist er ja da unten oder oben? eins oben da jetzt ist alles mit lustig ich muss mich kurz verbinden das ist schon wieder hast du ein Stück Feuerholz mit? ne nicht ganz oben unten würde ich meinen unten oder? nö wir sind mittlere Tauscher ja ich muss aufpassen dass er nicht dort was fliegt da wird's hell da wird's hell ja und das ist gut auch ich hole mal noch mehr Feuerholz ach so du kannst aufpassen ich tue schon das Fleisch rein irgendjemand blutet da ja ja ich bliete verbinde mich selber trinken und eventuell noch mal was ergen und bringe noch Feuerholz ah jetzt jetzt nicht mehr lege wieso liegst du? ich stecke mal die Axt weg jetzt bräuchte ich noch die Bibel ey hätte ich jetzt was vorgelesen ja ja ich hoffe dass ich äh trockne bei dem Feuer ach ja das müsstest du allgemein auch wenn du irgendwo drin sitzt müsstest du bald trocknen ja 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 das ist das ist